es geht weiter hier in halo reach und den letzten part haben wir diesen kranken wald erreicht und ich wollte ja deshalb wollte ich den letzten part hier den part beendet weil ich darauf gar nicht vorbereitet wurde was ist das und was passiert wenn es mich bemerkt auch steht aufschnitt krieg du musst auf die fresse kriegen so so und so und nein diese ziemlich stark muss ich sagen aber er kriegt einen in den arsch so da ist und da sind sie tot sie sehen sie hässlich aus diese dinge ok ok ich hoffe wir treffen auf sie nicht mehr und sie haben die ganze allianz umgebracht das hilft mir kontrollpunkt erledigt nice fast runter gefallen und da sind wieder irgendwelche tiere ok aber ich bleibe lieber bei der nachsicht die ist besser ich wollte euch nicht erschrecken ich wollte euch nur ein headshot geben das spiel ist schon grausam also wir diesen weg nehmen oder den hier ich verfolge meinen freund ich verfolge meine freunde und ich dann helfe ich ihnen auch ja wir helfen euch schon wir helfen euch schon keine sorge ich habe zwar nur keine ahnung wie aber ok so die weg die gegner eliminieren am besten glaube ich so mit der sniper funktioniert das ganz gut und das werde ich vielleicht auch sofort führen zuschlagen kann man auch so steh auf yes so wo gibt es noch gegner ok was ist das keine ahnung ach so hier take this take this nice ok was ist das herzlich ganz schön als wir gewohnt sind gut gekämpft spa was macht wir hier das gebiet zu vollständig evakuiert sein wir wollten unser zuhause selbst beschützen also kamen wir zurück hierfür sind im ganzen gebiet hier versteckt du weißt dass das geklaut ist was wollt ihr mich festnehmen nein wir klauen sie zurück Okay, dann klauen wir sie halt zurück. Die würde ich vielleicht gern nehmen. So, ich glaube, die ist gar nicht mal so schlecht. Jupp. Dann würde ich vielleicht noch die nehmen, obwohl ich bleibe bei meiner bei meiner Waffe. Keine Ahnung, wie sie heißt. Schrottgewehr, so. Okay, wohin geht es hier als nächstes? Ich glaube hierher, um diese Gegner zu eliminieren. Schieß! Schieß ihnen in die Fressen! So, eins. Zwei. Drei. Du kriegst es auf die Fresse. Zweimal. Du auch. Und zwar mit dieser. Und dann so. Nice. Waffe wechseln. Auf die Fernkampfwaffe. Und dann ein paar Mal auf die Fresse schießen. So. Nice. Ich gehe mal hoch. Was gibt es hier? Hey, wieso? Kopf runter. Oh shit. Oh shit. Da ist ein Schiff der Asozialen. Und da es sind auch Gegner. Zack. Zack. Auf die Fresse. Nachladen. Zack. Zack. Und zack. Und es macht Spaß, euch zu eliminieren. Weil das ziemlich einfach geht. He he. Willst du auf die Fresse? Doch, mehr. Wo? Oh shit. Kann man das Schiff eigentlich zerstören? Oh shit. Was war das? Das warst du. Habe ich recht? Und du. Stirb jetzt. Stirb, sagte ich. Ja, genau. Jetzt werde ich in die Luft gesteuert. Ist ja klar, ne? Okay. Dann versuchen wir es halt erneut. Ich Ich schieße meinen eigenen Freund ab. So, das bringt mir leider nichts. Vielleicht hole ich mir doch den Grafen werfen. Für diese Für diese Mission. Okay, wo sind die Gegner? Ich bin bereit für euch auf die Fresse zu geben. Da sind sie. Und diese Waffe ist eine gute Wahl. So. Das mal kurz. Dann. Nice. Dann wechsle ich. So, und wo ist hier der Gegner? Der ist nicht tot. Der ist nicht tot. Oder doch? Keine Ahnung. Okay. Aha. Habe ich doch gewusst, dass der nicht tot ist. So, ich muss kurz warten, bis mein Shit nachlädt. Scheiße. Ich habe keine Muni. Ja. In diesem, in dieser Scheiß. Ding. Okay. Dann wechsle ich schnell zu dir, zu der hier. So, so ist es besser. Wo sind jetzt letztendlich die Gegner? So, da. Okay. Scheiße. Ich muss ein bisschen den Nahkampf rücken. vielleicht sie euch dort eliminieren. So. Zack. Zack. Stirb jetzt. Nice. Ich glaube, hierher zu gehen wäre keine so schlechte Idee, um euch zu eliminieren. So, mit Schrott Fröhle gepumpt. Nice. Munition könnte ich bald gebrauchen. Weil ich habe wenig. Und jetzt muss ich zu dieser Stelle. Aber das Tor geht nicht. Über das Flussbett schmuggeln wir Rationen, Waffen. So ziemlich alles, also was vom UNSC verboten ist. Ja, genau. Kann ich... Ich will die hier aufnehmen. Kann ich die jetzt nicht aufnehmen? Wahrscheinlich nicht. Okay. Dann los. Wir folgen mal unseren Kumpeln. Was denn? Halt doch die Fresse. Halt die Fresse, habe ich gesagt. Kontrollpunkt erledigt. Nice und ich habe vergessen einen Timer zu stellen. Oh shit, jetzt muss ich kurz einen Timer starten. Äh... Wir tun was wir tun. So. Sorry, es ist eine Unprofessionalität. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Werden wir wieder auf Hunde... Halt! Allianz Landungsschiff in Deckung. Okay. Okay. Es ist weg. Weiter. Dann mal los. Die Allianz will wohl auf die Fresse kriegen. So wohin? Ich folge mal meinem Freund. Der weiß, wohin es geht. Ich lasse es einfach hier. Ein Allianzbau. Eine Art großer Pylon. Stark befestigt. Da kommt die Blockierung her. Okay. Ist so gut wie weg. Negativ. Bringt eine Sprengladung zur Fernzündung an. Kommando plant etwas Großes. Es heißt, der Pylon stirbt im Morgenraum. Okay. Wir räumen das Gebiet. Dann bringe ich die Sprengladung an. Wenn du Deckung geben willst, nur zu. Also soll ich die Gegner jetzt erschießen? Ich glaube schon. So, ich glaube, ich nehme zuerst die Starken und gebe ihnen ein paar Headshots. Hat ja wunderbar geklappt. So. Stirb doch. Danke. Stirb. Nice. Okay. Dann euch jetzt, dich jetzt hier den einen. So. Tot bist du schon. Oh shit. Okay. Wohin jetzt als nächstes? Nice. Stirb. Stirb. Danke. Stirb. Stirb. Danke. Wo? 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 Achso, dort. Zack. Habe ich doch gesagt, ich bin der Snipermeister. Wer will sich mit mir anlegen? Wer will sich mit mir im Sniper anlegen? Der kriegt auf die Fresse. So. Okay, jetzt wird ein bisschen so auf die Fresse gegeben. Nice. Was ist das? Keine Ahnung. Ein Schuss da drauf. Ein Schuss drauf wird nicht schaden. Oh shit. So. Und du stirb. Danke. Okay, da sind weitere Assis. Dann gehen wir schon runter. Dann gehen sie schon runter von deinem Planeten. Ja, die hören ja auf dich. Die hören auf deine Befehle. Ist ja klar, nee. Okay, ihr wollt auf die Fresse. Ihr kriegt auf die Fresse. So. Waffe wechseln. So. Nein. Der darf keine Granaten schmeißen. Hihi, voll in die Luft gesprengt. Deckung dauert eine Minute. Halt die Augen offen. Okay. Yun schützen. Wo bist du, Yun? Achso, da bist du. Oder Yun oder Yun oder keine Ahnung. Kann ich darauf, um diese Waffen zu benutzen? Okay. da kommt ein unerwünschter Gast. Der kriegt nur kurz auf die Fresse. What the hell? Nein, nicht die. Alle, aber nicht die. genau deswegen nicht. Und ich bin oh shit. Genau deswegen nicht. Weil ich keine Ahnung habe, wie ich sie besiegen soll. Warte, Bomben. Die sind stark genug, um den Bomben zu widerstehen. Und sie können mich one hitten. Genau. Allianz Landung Schiff auf dem Weg. Das überlebst du nicht. Das überlebst du nicht. Okay. Das bedeutet, wir müssen versuchen, sie aufzuhalten, so gut es geht. Und das war's. Schnell Schutz Schild. Shit. Outfit. So. Können wir, achso, warte, kann ich dieses Dinger benutzen? Jopp. Aber da bin ich auf dem Präsentierteller ziemlich offen. Aber ich könnte sie ja ab sofort jetzt benutzen. Da kommt ein riesiger Feind. Na komm. So, so könnte ich sie versuchen, sie aufzuhalten. Genau. Ist ja klar. Nee. So, von wo wird sie noch geschossen? Du, du kriegst auf die Fresse. Oh, shit. Oh, shit. Take this. Oh, der eine ist tot. Der zweite leider nicht. Der zweite auch tot. Oh, sorry, 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 mein Freund. Okay, und ich hab, ich muss nachladen. Hey, wie lade ich nochmal nach? Achso, ich kann nicht mehr nachladen. Und? Also. Kannst du das öffnen für mich? Okay. Ey. So, kurz heilen. Oh, shit. Natürlich, wenn ich mich kratzen muss, dann kommen diese Assis. Scheiße. So. So. Und stirbt. Danke. So, ich könnte eine Waffe gebrauchen. Eine neue. Nee. Nee. Kannst du mir deine Waffe geben? Nein. Weil die hat keine Muni mehr. Dann nehme ich halt die. Hey. Feuern und lenken 6. Geil von der Seite. So. So, dann machen wir es halt mit der Schrottgun. Oder, ja, Schrottgun, glaube ich, nennt sie sich. Und im Nahkampf. Indem wir ihnen einfach nur Angie Fressen schießen. Und das war's. Die Musik geht ab. Oh, kann ich das benutzen? Ja, ich kann das benutzen. Doch bringt es mir hier viel? Vielleicht. Okay, ich muss hier jetzt aussteigen. Wie? So. So. Ey, wo war hier eine Waffe? So, wir müssen wechseln. Wo sind die Enemies? Da sind die Enemies. So, schön, die Waffe abgeschossen. Und jetzt euch doch. Bis zum Ende eliminieren. So. Stirb, danke. Da hat ein Neuer das Ding übernommen. Der kriegt aber auch die Fresse. Schutzschild kurz aktivieren. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. So. Scheiße. Ich gehe kurz hier rum. Um mich kurz zu heilen. Und dann diesem Teil ein paar auf die Fresse zu geben. Und dann euch ein paar Mal auf die Fresse zu geben. Natürlich keine Munition mehr. So. Dann so. Und dann wieder keine Munition mehr. Scheiße. Äh. Wo kann ich die Waffe wechseln? Wo kann ich die Waffe wechseln? Okay, dann muss ich wohl die nehmen. Und auch. Nein. So. Und sie. Weil andere Waffen gibt es hier nicht mehr. Oh, shit. Ich werde angeschossen. Juckt mich aber nicht so sehr. Dem gebe ich jetzt ein paar Mal auf die Fresse. Okay, so einfach funktioniert das auch nicht. Nicht. So. Dann so ein paar Mal. Oh, da bin ich tot. Nice. Ey. Wieder keine Munition. Ich brauche neue Waffen. Und zwar dringend. Wo kriege ich aber neue Waffen? Keine Ahnung. Okay, Granaten. es ist besser als nichts obwohl diese war hier ganz scheiße ist dann muss ich die noch aufnehmen oder ich behalte mal die snipe vielleicht finde ich irgendwo munition ok ich finde hier eine andere waffe die besser ist so und ich muss vorrücken um dieses ding zu eliminieren so oh shit oh shit oh shit eliminiert sich so schnell es geht scheiße so scheiße nice kann ich jetzt dieses ding übernehmen kann ich dieses ding übernehmen ja dd schneller natürlich bringt das nix natürlich verstecken sie sich dort ist ja klar nee ist ja klar nee take this take this natürlich das hier wird hart sein weil ich habe keine ahnung wie ich das hier machen soll ohne meiner spezial waffen ok hier kann ich mich zumindest ein bisschen heilen oder kann ich zumindest zu dieser waffe wechseln dieser sniper die ist besser als die andere und da wäre es vielleicht keine schlichte idee von hier oben etwas anzufangen jup das war erstens mit der eliminierung das war mit der eliminierung von dem dort sitzenden dann von dir dann nochmal von dem der dort drinnen sitzt dann gehe ich schnell hier rüber ich glaube das ist ein checkpoint nein ist aber auch nicht schlimm so gibt es hier was hier zumindest einfach neue waffen auto bist mein freund und du kriegst auf die fresse weil du nicht mein freund bist so oh shit oh shit oh shit hinter den baum hinter den baum so headshot headshot sagte ich so die waffe ist kaputt und du kriegst gleich so mächtig auf die fresse danke so von dort werden wir jetzt noch angeschossen aber derjenige hier stirbt jetzt auch puh geschafft jetzt muss ich wieder die waffe wechseln scheiße okay äh dich könnte ich vielleicht auch wechseln gegen dich weil du siehst geiler aus okay ich glaube wir müssen jetzt hier weiter oder was sagt ihr was sagt ihr was sagt ihr ich glaube es geht hier weiter ja so und tot seid ihr oh zwischendurch ja jackpot bildübertragung siehst du das cat bestätigt empfange livebilder von noble 3 und noble 6 von einem allianz sturmtrupp das ist kein sturmtrupp das ist eine invasionsarmee wenn wir sie aufhalten wollen müssen wir sofort handeln korrekt alle spieltruppen zurückziehen die sonne geht bald auf und es wird ein langer tag da hat sie wohl recht okay und da haben wir auch eine mission geschafft jetzt kommt die nächste aber ich glaube die nächste mission wird dann im nächsten bad kommen also wenn ich der bad kann hat dann werde ich mich über daumen hoch freuen über ein abo über eine aktivierte glocke obwohl ich weiß nicht ob das jetzt etwas bringt weil youtube spinnt trotzdem und dann bis zum nächsten mal bis dann und ciao oh